Eine Routine-OP steht heute auf dem Programm von Assistenzarztin Viola Greve. Die 16-jährige Luna hat Atemprobleme. Ein Eingriff an der Nase soll helfen. Doch die Schülerin will die Operation unbedingt verhindern. Sie hat für den Abend andere Pläne, von denen ihre Eltern nichts wissen. Hi Luna, na? Bist du bereit für den großen Tag? Ja, muss das denn heute sein? Eigentlich schon. Ich meine, wir haben das ja jetzt alles geplant. Und wir haben ja vorher schon in die Nase geguckt. Das wird auch langsamer Zeit. Aber schon viel besser. Meinst du? Also eigentlich, ehrlich, das wäre wirklich für mich das allererste Mal, dass sich das jetzt durch eine Wunderheilung auf einmal wiedergelegt hat. Ich gucke natürlich trotzdem noch mal rein, so ist es nicht. Wahrscheinlich immer ein bisschen nervös, oder? Kann ich ja verstehen. Genau. Es gibt viele Patienten, die gerade so kurz vor einer OP wirklich sehr nervös werden. Das kennen wir und sind auch eigentlich darauf vorbereitet. Dass es in Lunas Fall aber doch ein ganz anderer Grund und nicht wirklich die OP an sich sein sollte, die sie so nervös gemacht hat, stellte sich erst nachher heraus. Und dass sich ihr Zustand so gravierend verschlechtern sollte, konnten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ahnen. Die Polypen sind genauso geschwollen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie bei der Voruntersuchung. Da kommst du um eine OP nicht drum rum. Das müssen wir wirklich... Kannst du auch wieder frei atmen nach der OP dann. Und ich meine, wir haben ja die konservativen Sachen schon probiert. Und das ist halt dann nur mal der einzige Weg, den man gehen kann. Und das wird halt immer schlimmer. Das wird von selber nicht mehr weggehen. Luna Erkens war bei uns wegen Nasenpolypen. Das nennt man Polyposis nasi. Das sind im Endeffekt Schleimhautwucherungen, die zum Glück gutartig sind. Hier oben in der Nase und in den Nasennebenhöhlen. Und das Blöde ist, dass sie halt nach einiger Zeit wirklich zu Atemproblemen führen können. Man schläft schlecht, man fängt an zu schnarchen und bekommt nicht mehr gut Luft, weshalb man sich da unbedingt operieren lassen sollte. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Was machen die hier tausendmal? Und wann kann ich dann wieder nach Hause nach der OP? Also kann ich heute schon nach Hause? Nee. Heute auf gar keinen Fall. Weil ich meine, du kriegst eine Vollnarkose. Du willst das ja nicht mitbekommen, du möchtest ja schlafen dabei. Und das ist schon relativ anstrengend für den Körper. Und vor allem ist hier oben im Gesicht, hast du bestimmt, wenn du hier schon mal dich geschnitten hast, gekratzt hast oder sonst was, im Gesicht blutet sehr stark. Und das ist eine sehr, sehr gut durchblutete Schleimhaut. Und wenn es da nachher Nachblutungen gibt, dann möchtest du lieber im Krankenhaus sein. Auf jeden Fall. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber sicher, sicher. Und du wirst auf jeden Fall mindestens zwei Nächte bei uns bleiben müssen. Du bist doch sonst auch nicht so wild auf die Schule. Dann hast du mal ein bisschen Ruhe. Ja eben. Das ist der Vorteil. Ja. Luna, wir sehen uns gleich. Ich hol schon mal das Hemdchen, würde ich sagen. Dann können wir uns eigentlich gleich. Also du bist ja nüchtern, ne? Du hast nichts mehr gegessen seit heute Morgen. Wirklich nicht. Dann musst du wirklich ehrlich sein. Das ist wichtig für die Narkose. Dann geht es jetzt eigentlich gleich direkt los. Ah, guck mal. Da kommt schon das schicke OP-Hemd. Das darfst du einmal anziehen. Gibt es leider nicht in Rosa. Ganz bestimmt auch mit nach Hause. Alles andere aus. Schmuck, das hatten wir aber vorhin schon alles besprochen. Mit dem Schmuck ab und so weiter. Dann wirst du gleich abgeholt und wir sehen uns dann unten. Ja, alles klar. Bis gleich. Tschüss. Noch weiß Viola Greve nicht, dass Luna einen gefährlichen Plan ausgeheckt hat, um die OP zu stoppen. Im Hinausgehen trifft die Ärztin auf Lunas Bettnachbarin Sandra. Die wurde vor kurzem am Bauch operiert und hat nun heftige Schmerzen. Sie hätten aber auch ehrlich gesagt, Frau Hoppen, nicht aufstehen sollen, ne? Ich weiß, dass wir hoch, wenn das angenehmer ist. Muss ich sagen. Wenn das so frisch ist, da kann die Naht auch mal ganz schnell wieder aufgehen. Machen Sie mal kurz das Hemd hoch. Oh Gott. So schlimm? Ja. Das sollte eigentlich auf gar keinen Fall so sein. Ich mach einmal, genau, ich mach schon. Gehen Sie da mal besser nicht. Ach, okay. Ne, also das sieht nicht schön aus. Was haben Sie, lassen Sie mich mal sehen. Was ist das? Was ist das Weiße denn? Haben Sie da was dran geschmiert, Frau Hoppen? Eigentlich nicht, ne. Sie haben da nichts dran gemacht, weil das sieht mir fast, also ich dachte zuerst Pilzinfektion oder so. Ja, das ist, guck mal, das kannst du, das ist eine Salbe. Creme, ach. Frau Hoppen, Creme haben Sie dran gemacht. Ja, ich wollte, dass das keine Narbe bleibt. Ich wollte da eine Creme drauf machen, wie ich mir bei den anderen Sachen, wenn ich mal hinfalle, dass da keine Narbe bleibt. Und ich dachte, dass das dann schneller verheilt und so, aber jetzt ist es... Haben Sie dabei Handschuhe angehabt oder sich die Hände desinfiziert, als Sie das eingecremt haben? Ne. Haben Sie nicht. Und die Creme haben Sie wahrscheinlich auch für andere Körperstellen benutzt, fürs Gesicht. Ja, das ist nur eine normale Feuchtigkeitsstelle. Haben Sie die dabei? Oder... Ja, ich denke, ja. Darf ich mal sehen? Bitte. Okay, also eine ganz normale, nichts aus der Apotheke, einfach eine, die Sie zu Hause haben. Frau Hoppen, ähm... Das war nicht die beste Idee. Wunden bergen in gewisser Weise immer ein Infektionsrisiko, weil sie ja so gesehen eine Verbindung direkt zum Blutkreislauf sind und wir dadurch Infektionserreger in unseren Blutkreislauf bringen können. Und das kann im schlimmsten Fall zu einer Sepsis, also zu einer gesamten Entzündung des Körpers führen. Ähm, dazu muss man sagen, dass entzündete Wunden immer schlechter abheilen und dadurch natürlich auch im Endeffekt schlimmere und stärker ausgeprägte Narben bilden. Deshalb sollte man alles tun, um seine Wunde sauber zu halten und gut zu pflegen. Ich gehe gerne hin und schreibe Ihnen, es gibt da extra Cremes, die sind auch steril, die kriegen Sie angemischt aus der Apotheke. Da müssen Sie sich vorher die Hände desinfizieren, ziehen, am besten Handschuhe an und tragen dann die Creme auf. Aber erst in ein paar Wochen, wenn die Wunde zu ist. Und nicht jetzt schon. Also, wird da vielleicht keine Narbe bleiben? Da wird wahrscheinlich keine Narbe bleiben und selbst wenn eine Narbe bleibt, dann können Sie, wenn die Wunde fertig ausgeheilt ist, dann hingehen. Und da gibt es so bestimmte Narbencremes, die massieren Sie dann jeden Tag ein und dann geht die auch wieder zurück. Natürlich möchte niemand gerne Narben an seinem Körper haben, gerade an Stellen, die man im Sommer im Bikini oder am Strand auch noch öffentlich zeigen möchte. Man muss dazu aber sagen, dass unsere Haut extrem regenerationsfähig ist und mit besonderen Cremes oder Tinkturen man auch bei schon bestehenden Narben eigentlich immer eine Verbesserung erzielen kann. Ach, tut mir leid, wie dunnig. Nein, gar nicht schlimm, ich kann das ja auch verstehen. Als junger Mensch möchte man keine Narbe haben. Ich schreibe Ihnen das gleich in die Akte rein, dass Sie eine sterile Narben-spezifische Salbe bekommen. Damit cremen Sie sich schön ein, da können Sie auch nichts falsch machen. Und wenn es in ein paar Wochen immer noch nicht gut sein sollte, dann kommen Sie einfach nochmal her. Aber jetzt erstmal nicht mehr drangehen, ja, Frau Hocken? Die, behalten Sie trotzdem, nehmen Sie die fürs Gesicht. Ja, Mensch, danke schön. Und Sie sind ja auch noch ein paar Tage hier. Wenn das mal irgendwas ist, dann sagen wir einfach Bescheid. Ja. Das ist alles nicht unmenschlich. Ich glaube, keiner freut sich auf die große Narbe. Ja, ich hätte daran auch nicht gedacht irgendwie, dass ich mir Handschuhe oder so anziehen muss dafür. Das kann man ja auch nicht wissen, ne? Frau Hoppen, wollen Sie mit uns direkt rüberkommen? Wir müssen eh in Ihr Zimmer und Ihre Bettnachbarin abholen, dann können Sie direkt mitkommen. Die junge Frau ist erleichtert. Ihre OP-Narbe wird verschwinden und die sexy Bikini-Figur ist nicht in Gefahr. Der aufgeregten Luna steht ihr Eingriff jetzt erst bevor. Doch auf dem Weg in den Operationssaal kommt es zu rätselhaften Komplikationen. Luna, du musst echt keine Angst haben, wirklich nicht, ja? Ich weiß, das ist, wenn man selber operiert wird, das hast du immer so leicht gesagt, aber für uns ist das Routine. Ist alles okay bei dir? Ja, was machst du denn da? Juckt es dich, oder was? Ja, es juckt. Das hast du vorher aber nicht, ne? Kriegst du nicht so gut Luft? Setz dich mal ein bisschen auf. Setz dich mal auf, dann geht das. Das ist vielleicht auch wegen der Aufregung. Du musst wirklich keine Angst haben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Was hast du denn hier? Luna, was ist das? Das hattest du aber vorher. Guck mal, was ist das? Du hast einen totalen Ausschlag bekommen. Das hattest du vorher. Das hattest du vorher aber nicht. Das wird schlimmer. Hat ihre Tochter irgendwelche Allergien? Ist da was? Ja, Spätblühen. Aber nicht so krass. Aber jetzt nicht gegen, ja und ich meine vor allem, wir sind ja hier drinnen. Oh, du Scheiße. Versuch mal ganz ruhig zu atmen. Welche Gräser oder sonst was? Ganz ruhig bleiben erstmal. Luna, kriegst du schlecht Luft? Ja, ne? Fühlt sich das an, als wenn das eng wird? Wir fahren ins Behandlungszimmer. Als die Atemnot bei Luna immer schlimmer wurde, habe ich mich dann dafür entschieden, direkt ins Behandlungszimmer zu gehen und sie mit Sauerstoff zu verarbeiten. Versorgen, damit sie erstmal wieder besser Luft bekommt. Ich gucke einmal kurz nach den Allergien. Ich finde sie das mal so, dass es für dich angenehm ist. Also hier steht auch nur was von Spätblühen. Es ist auch nichts anderes bekannt, ja? Auf keinen Fall. Weil sie hat ja auch keine Prämedikation bekommen, ne? Aber mit dem Sauerstoff müsste das jetzt echt gleich ein bisschen besser werden. Ist dir schlecht? Ach, die Spuck. Luna, genau. So, Spuck einfach genau. Hier schön reinspucken. Was ist denn jetzt los? Sie hat sich doch noch nie übergeben. Dass Luna sich übergeben hat, obwohl sie nüchtern war, kann schon vorkommen. Der Körper produziert immer noch weiter Galle und die kann man dann auch erbrechen. Deshalb war es auch nicht besonders viel Volumen, sondern eigentlich wirklich nur Spucke und Galle, die bei ihr hochkamen. Trotzdem sollte man dieses Symptom gerade vor einer OP sehr ernst nehmen. Sie kriegt jetzt ein Antihistaminikum, das ist so ein Anti-Allergie-Mittel. Aber Luna, also die Sache ist, die OP werden wir jetzt erstmal verschieben. So operieren wir nicht. Das ist mir zu heikel. Wir müssen rausfinden, woran das liegt. Weil ich meine, das Einzige, was bekannt ist, ist eine Gräserallergie. Und da musst du dich jetzt erstmal stabilisieren. So. Du bist ein bisschen weiterer. So, das kann mal kurz unangenehm sein. So. So, Luna, es müsste gleich auf jeden Fall besser werden. Das weitere Vorgehen für Luna ist jetzt, dass wir zwei Tage abwarten, um dann bei ihr einen Prick-Test machen zu können. Das ist ein Allergietest. Und diese zwei Tage müssen wir einfach abwarten, weil sie von uns ja ein Antihistaminikum bekommen hat. Und das im Moment alle Arten von allergischen Reaktionen im Körper unterdrückt. Dass die Schülerin an der schweren körperlichen Reaktion nicht unschuldig ist, ahnt zunächst niemand. Doch dann wird die Ärztin hellhörig, als eine Stunde später die Symptome zurückkehren und sich Luna sehr seltsam verhält. Luna, ist alles okay? Leg dich erstmal ins Bett und dann kannst du dich da ein bisschen ausruhen und zur Ruhe kommen. Ich möchte nicht ins Bett, nein. Du möchtest nicht ins Bett? Aber wie nicht? So, dann lass dir. Dann kannst du dich aber ein bisschen ausruhen. Willst du ja nicht ins Bett? Das ist gut, sonst ist ein bisschen Sauerstoff. Sonst, Armin, wie fährst du? Ihr beide fahrt einfach nochmal zurück ins Behandlungszimmer. Dann kriegst du nochmal ein bisschen Sauerstoff und ich rede mal kurz mit deinen Eltern, okay? Ja, aber da haben wir uns ja wieder. Alles gut, ja? Bis gleich, ich komme dich gleich abholen. Was ist jetzt los? Ich finde das gerade ein bisschen komisch, dass sie sich so gegen das Bett wehrt. Also das war auf jeden Fall ein anaphylaktischer Schock. Das ist wirklich ein bisschen seltsam. Als wir Luna dann wieder zurück in ihr Zimmer bringen wollten und es ihr, je näher wir dem Bett kamen, immer schlechter ging, habe ich sie erstmal direkt wieder zurück in das Behandlungszimmer geschickt, weil mir zu dem Zeitpunkt so langsam ein Licht aufging. Und nachdem ich dann das Bett untersucht habe, habe ich dann unterm Kopfkissen wirklich eine ganze Tüte voll mit Gräsern und unterschiedlichen Blumen von irgendeiner Wiese gefunden, die mit Sicherheit nicht zufällig dorthin gekommen waren. Luna? Magst du mir was dazu sagen? Weißt du, was das ist und wo das war? Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also Luna, das haben wir gerade unter deinem Kopfkissen gefunden. Ich glaube, das wäre jetzt mal gut, wenn du uns jetzt mal sagst, was Sache ist. Wolltest du nicht operiert werden? Wolltest du, dass die Operation nicht stattfindet oder was ist los? Nein, das... Hast du so große Angst gehabt oder was? Das war ein Plan. Wie ein Plan? Von Kaya und mir. Ich habe ihr halt gesagt, dass sie diese Gräser pflücken soll und mit ins Krankenhaus bringen soll, damit ich sie unter mein Kopfkissen lege. Warum denn? Heute Abend ist doch das Konzert von unseren Lieblingsbällen. Was bitte? Wegen so einem blöden Ampelmann-Konzert? Ach nee. Das ist kein blödes Ampelmann-Konzert. Das kann auch nicht wahr sein. Wegen dem Konzert hast du die halbe Wiese ihrst und das Kopfkissen liegen liegen lassen. Weißt du, was hätte passieren können? Im ersten Moment war ich schon sehr überrascht, dass anscheinend Luna sich selber diese Allergie zugefügt hatte und selber diese Gräser mit ins Krankenhaus gebracht hatte. Weil sie damit natürlich nicht nur sich, sondern auch alle anderen Patienten und unsere Mitarbeiter in Gefahr gebracht hat. Weil sie mit Sicherheit nicht die einzige Person ist, die auf solche Stoffe so allergisch reagiert. Ich weiß auch nicht, ob du weißt, was ihr da gesammelt habt. Das hier, was so aussieht wie ein Farn, das ist Ambrosia. Und das ist eine Pflanze, die am stärksten allergisch wirkt oder bei den meisten Leuten halt so eine schlimme Reaktion auslöst wie bei dir. Deshalb ist das wahrscheinlich auch eben so eskaliert. Habt ihr euch einen richtigen Plan ausgedacht, damit du die OP nicht machen musst, ne? Ja, wir wollten halt auf das Konzert gehen. Och, Mensch Mäuschen, das hätten wir doch vielleicht auch irgendwie anders lösen können. Ich kann schon verstehen, dass besonders für ein Mädchen in Lunas Alter das eine schwierige Situation war. Sie wollte ihre Lieblingsband unbedingt sehen und wollte sich deshalb auf gar keinen Fall auf eine OP einlassen. Trotzdem kann ich allen Patienten im Krankenhaus nur empfehlen, sprechen Sie mit uns. In den meisten Fällen findet man eine gemeinsame Lösung, aber seine eigene Gesundheit dafür aufs Spiel zu setzen, ist mit Sicherheit keine gute Idee. Also, im Endeffekt bleibst du jetzt noch zwei Tage hier. Dann machen wir diesen Prick-Test. Das ist einfach dieser Allergietest, weil ich einfach abklären will, gegen welche Stoffe du genau so allergisch reagierst. Und dann gucken wir, ob wir in ein paar Tagen die OP machen können. Weil solange kein Gras mehr in deinem Bett liegt, können wir auf jeden Fall in den nächsten Tagen operieren. Ja, Luna? Noch in derselben Woche wurde Luna erfolgreich operiert. Bei ihren Eltern hat sich die 16-Jährige entschuldigt und ihre Lieblingsband hat schon eine neue Tournee angekündigt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Kaya will Luna dann auf jeden Fall dabei sein. Kaya will Luna dann auf jeden Fall sein.